Geöffnete Türen bis 22 Uhr. Dieses Angebot gab es am Freitagabend beim Glamour Shopping in Rottenburg. Zudem hatten viele der lokalen Geschäfte Gutscheine parat, die man dann gegen ein Heißgetränk einlösen konnte. Ebenfalls seit Freitag und noch bis einschließlich Sonntag findet sich rund um den Marktplatz und die Zehenscheuer die Streetfood-Fiesta. Hier können sich die Besucher auf Live-Cooking-Events mit internationalen Köstlichkeiten freuen. Die Food-Trucks bieten dabei auch exotische Gerichte aus aller Welt an.